einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum neuen angezockt wir wollen hier pappatag journey. Ich bin des englischen nicht so und das habe ich mir geholt im psn für 99 cent ich weiß nicht ob es jetzt immer noch für 99 cent da ist, aber ich habe es für 99 cent gekauft wir können nur musik ausmachen, englisch und ein paar andere sprachen nehmen, wir brauchen auch keine sprachen, easy, medium, hard habe ich schon alles gemacht, wir machen mal experten aber ich bin da nicht so gut drin da müssen wir jetzt einfach nur memory war der andere super head war der andere super head war der controller, war hier, nein wo war der chef controller, der war doch hier da ist er da ist er da kriegt er verschiedene icons, kriegt er was, wenn er das findet das hier zum beispiel, was ich jetzt gerade habe, das gibt dann was aber die haben wir schon alle geholt, es fehlt jetzt nur noch praktisch das, das war hier oben richtig zweiter glaube ich, dass man halt den harten modus schafft, mal einen Anteil von der die Tasche, war das, nee, war dann hier hinten oben oder war das nur die Tasche, nee, das ist die andere Tasche naja, schätze egal weiter war das mal hier oben wir haben auch nicht so viele Versuche das, das war, das war 69 Versuche haben wir nur das, ach ne, das ist dieses andere, das, scheiße da haben wir den das ist, ne da ist er so, Telefon war das letzte ne, vorletzte Basketball, Fahre, nee, der war da drunter, ja, Bohrmaschine haben wir noch nicht, das haben wir, das war hier, Schlüssel, Fahre, hier, wo sie raten, aber nicht, ach shit, das hat man auch, das ist das, das, nee, Mist, super alt, der war, der war hier oben, glaube ich, ja, Angel, wo war die Angel, wo war, nee, Mist, das bringt doch nichts, die auf dem Glück zu machen, das war doch hier, da ist er, nein, Mist, ah, das war, nein, da war es hier unten, so, Gürtel, ach, scheiße, richtig, Flieger war auch weiter oben, Rasierer war, hier, nein, ja, das war noch gar nicht, Aktentasche, ich will sie auch weiter oben, okay, gut, das war hier vorne, Aktentasche, okay, die Aktentasche, nee, die war davor, Mist, da, ich will sie nicht noch, da, nicht mehr da, und meine Art, Richtig ist ein Problem, aber immer noch, Das ist ein weiteres. Da ist es. Vor. Erst. So weit. Erst. Erst. So weit. Jetzt. Scheiße. Oberer. Der kriecht doch auch. Verschwemmig die ganzen Dinger hier. Hier. Nee, das war der Gürtel. Mist. Scheiße, wo war der Gürtel? Doch hier vorne? Nee. Hier. Hier. So. Nur noch acht Versuche. Das war das. Baseball war hier unten. Nee, das war das. Noch eine. Schuh. Na, da verkacke ich jetzt. Das. Nee, wo war das? Gleich haben wir verkackt. Und so jetzt halt die ganze Zeit. Bei den nicht so schweren, logischerweise, sind nicht so viele Icons. Achternehmung. Achternehmung. Echt? Achternehmung. Alles klar ganz. Achternehmung. Achternehmung. Der hat mich wirklich gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier? War die nicht hier irgendwo? Oder war die weiter unten? Ja, wir machen jetzt immer wieder mehr. Wir haben nur noch 32. Jetzt schauen wir noch nicht mehr. Göttel, 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 gleich unten. Ach nee, da nicht. Der war doch hier. Ich wüsste doch ganz genau, dass der Göttel hier unten irgendwo war. Ach, vielleicht war die von das und das. War der nicht hier oben? Nee, der hat das noch. Da hat er so die Bohrmaschine. War der nicht schlecht Bohrmaschine, aber die mit dem hier oben ja da. Ja, wir haben noch 17 Versuch, aber das schaffen wir hier nicht. Ich klicke jetzt einfach mal hier durch. Nee, das war doch hier. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann ist das da... Ach, ich bin so schrecklich schlecht da dran. Das war irgendwo ein Scheiß-Angel. Ja, wir haben noch fünf, komm, Rekord durch. Ach, da ist der Füller. Man kriegt halt auch nicht nochmal Bonus dazu, wenn man was gefunden hat oder so, man hat wirklich nur die Anzahl an Versuchen, die man hat und das ist eigentlich hier, wenn wir jetzt auf easy machen, jetzt sind die Symbole auch schön groß, da kann man sie auch erkennen. Da hat man easy schon abgeschlossen. Easy ist wirklich easy und medium geht, hart geht, aber Experte mit so vielen und dann vor allem so kleine Symbole, da tue ich mir noch ein bisschen schwer drin und das ist die letzte Trophäe, die mir fehlt, dann hätte ich da drin bleiben. Aber für 99 Cent kann man es mal mitnehmen, denke ich mal. Ich hoffe, hat euch gefreut, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Das ist euer Rudi.